David, da habe ich euch. Oh, jetzt habe ich das hier herzlich gekriegt, jetzt. Alter, na, jetzt. Schlimm. Zauberer Energie, den ganzen Scheiß brauche ich nicht. So. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo ich werde kommen. Jetzt gucke ich mal, ob hier irgendwas ist, wenn ich hier mit der Bombe durchfalle. Ey, ich habe Durchfall gesagt und das klang richtig lustig. So, wo bin ich jetzt denn hier gelandet? Und ich brauche schon wieder einen Schlüssel. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sie sind weg und ich habe einen kleinen Schlüssel. Wow. Kriege ich hier noch irgendwas? Nein, das kann doch nicht angehen. Ey, verpisst euch, verpisst euch, ich will hier ruhig. Ja. Jetzt bin ich schon wieder hier. Okay. Alles klar. Jetzt kann ich mal auswählen, wo ich den Schlüssel benutze. Benutzen werde. Es gibt zwei Möglichkeiten. Und ich bin im Besitz von SafeStates. Deswegen. werde ich mir jetzt mal beide Möglichkeiten angucken. Beziehungsweise eine, die mir nicht gefällt. Alter, dann lade ich einfach. Weiß Bescheid, ne? Und das Schöne ist, jetzt ist da wieder das Loch zu. Das heißt, eine zweite Möglichkeit ist auch plausibel. Äh, ja, das war doch jetzt irgendwie. Ach, wenn ich Glück habe. Nee, doch nicht. Ach doch. Nee, doch nicht. Äh, ich muss mal gucken. Ist blau blau, ist blau unten. Das heißt, ja, nein. Falsch. Scheiße. Das heißt Pech für mich. Ich muss wieder ran. Kommt doch her hier. So und so und so und so. Und noch einmal. Perfekt. Jetzt knatter ich das Ding da ab. Und gehe durch den anderen Ausgang. Und gehe dann da hoch. Und gehe dann da über diese komischen Digger, die da runterfallen. Und... Öffne dann mit meinem Schlüssel die Tür. Das ist mein Masterplan. Ohne im Master Schlüssel zu kommen. Sag ich jetzt mal so. Verreck. Stürb, 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 stürb. Stürb. Aha. Ohne Sache. Zack. Und zwanzigere gekriegt. Was? 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 Ah, da, 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 da. Ich habe schon mal... Ich habe schon mal... Hat da aber drauf so ein bisschen. Schaut aber auch. Oho. 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 Ich sehe irgendwas schönes an der Wand. Nein. Ja, ein Herz. Oho. 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 Oh man. Oho. 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 Piss dich. Piss dich, piss dich, piss dich, piss dich, piss dich. Sooo. und es geht weiter komm ich hier eigentlich einfach so durch mal sehen jo jo mit ein bisschen geschick so mit ein bisschen geschick das war jetzt sehr ungeschickt achso die Dinger fallen erst runter wenn man da unten so einen Schädel wegnimmt das ist ja ne das ist non plus ultra so ich hab zwar noch keine 100 Abonnenten aber es gibt ein anderes Special Video nachher für euch ich glaube hier wollte ich jetzt noch mal vorher loswerden ey was mach ich denn hier für ne Scheiß ich muss doch mal nachdenken wenn ich was mach oh Gott ich glaub die Zeit ist es sie ist mit dem Ort aber ich würde sagen die Special Video wird noch vor diesem Video hier hochgeladen weil ich jetzt gerade schon am Rennen bin aber das muss alles noch ein bisschen überarbeitet werden und 3000 mal durchgerendert werden ihr werdet sehen wie so es ist ja nun mal auch ein Special nichtsdestotrotz gibt es ein komplett anderes 100 Abonnenten Special deswegen bitte ich euch jetzt drum abonniert mich was gibt es denn hier okay fuck ich hab ne Bombe gepackt ich hab ne Bombe gepackt das tue ich hier und zack 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 falls ihr trotzdem irgendwie nicht wisst welches Special ähm Video ich mein dann schaut doch einfach mal in meiner Super Mario World Darkman Edition Dingens Playlist oder ich sag euch zwei Worte die genau gleich äh das gleiche eigentlich andere ein Wort sind und so und ich überlege gerade wo ich hin muss äh ja und zwar aber ich werde es wahrscheinlich auch auf meinem Kanal als vorgestelltes Video haben deswegen sollte es doch bald mal jeder kennt äh 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 jetzt hab ich ihn schon ronell geschubst und mein Selbstmord runter komm noch mal bäbs bäbs verreckt ran Nein, hier war ja auch nichts, da war ja nur, oh der Scheiß, ach Mando, mit Master-Schlüssel hilft auch nicht viel, die Dinger wegzukloppen oder was ich auch immer damit machen soll. Also, ich gucke jetzt auch nochmal auf ein Map. So, ja, da, ich stand schon direkt vor dem Boss, das weiß ich auch, die Tür habe ich gesehen, da kam ich nur noch nicht so direkt hin. Äh, ja, ein Hörer, da, muss ja irgendwo so ein Beamer sein, ich muss ja noch zum Special-Exit-Secret-Super-Super-Mega-Hyper-Raum. Ähm, aber wisst ihr was, damit spannend bleibt, ich werde jetzt speichern und beenden und den Bosskampf und dieses Special-Dingens, was ich hier auch, was ich, was das auch immer sein sollte, was ich hier kriegen werde, euch in dem nächsten Part zeigen. Bleibt gespannt. Ich werde jetzt pennen gehen, beziehungsweise, rennen und noch ein bisschen ablohnen und so. Der Rest sollte dann morgen kommen. Beziehungsweise das, was ihr jetzt seht, hier auch. Okay, denn, ja, was habe ich noch zu sagen? Ich freue mich schon auf Silvester.